Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Will der FC Schalke 04 noch in diesem Jahr die Rückkehr in die Bundesliga feiern, muss der Verein ja schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückfinden. Sportdirektor Ruben Schröder weiß um die Schwere dieser Aufgabe. Am Dienstag erklärt er auf der Vereins-Eins-Website, wie er die Mission direkter Wiederaufstieg angehen möchte. Schröder offenbarte, dass er von Ex-Coach Mitros Gramozis nicht mehr überzeugt gewesen sei. Das anwesente Ziel der Aufstieg in die Bundesliga, erläuterte er, habe in der bestehenden Konstellation keine ausreichende hohe Wahrscheinlichkeit mehr besessen. Wer in der sportlichen Leitung gemeinsam die Überzeugung, dass das Team im Soffinale einen neuen Impuls benötigt, begründete er den Wechsel auf dem Trainerposten von Gramozis zu Mike Büsgens. Der Sportdirektor ist sich sicher, dass Büsgens der richtige Mann für die Rückkehr in das Fußballoberhaus sei. Wir sind mit der vollsten Überzeugung auf Bujo zugegangen, denn er ist derjenige, der eine Turnaround schaffen kann, betonte Schröder. Der ein 15-Jähriger wird jedoch nur bis zum Sommer als Schalke-Coach agieren. Danach, so unser Sportdirektor, kehrt er auf eigenen Wunsch wieder in die zweite Reihe zurück. Der Start für Büsgens als Verantwortlicher an der Seitenlinie verläuft jedoch holprig. In der Woche muss er aufgrund eines positiven Corona-Tests eine Zwangspause einlegen und fehlt er auf dem Trainingsplatz. Sollte er sich bis zum Sonntag nicht freitessen, verpasst er auch das wichtige Ausschussspiel im FC Ingolstadt. Die Abwissheit des Cheftrainers dürfe für die Mannschaft jedoch kein Alibi sein. Die Jungs wissen, dass wir gewinnen müssen und sie wollen auch gewinnen, stellt Schröder klar. Über den Nachfolger für Büsgens wollte er die 46-Jährige jedoch noch nicht äußern. Sicher sei jedoch, dass der Revierklub mit einem neuen Cheftrain in die Saison 2022-2023 gehen werde. Die sportliche Leitung aber daher im Profil erarbeitet. Für ihn sei wichtig, dass der neue Coach seine Aufgabe auf Schalke-Liga unabhängig mit Vollüberzeugung antritt. Er muss zum Verein passen. Doch noch gilt die Konzentration, den verbreiten neuen Begegnungen in dieser Spielzeit. 27 Punkte sind noch zu vergeben, forderte der gebürtige Sauerländer. Seine Erwartungen sind deshalb eindeutig. Ich bin Sportler und ein Sportler will am liebsten jedes Spiel gewinnen. Sprich, es bleibt klar bei dem Ziel, in diesem Jahr alles dafür zu tun aufzusteigen. So hat Schröder nochmal jetzt deutlich formuliert. Ich bin gespannt, ob das und wie das funktionieren wird. Eure Meinung dazu? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! Anale Schalker